Pure Ekstase an der alten Försterei Union Berlin wird nächstes Jahr Champions League spielen. Die alte Dame Hertha BSC Berlin steigt in die zweite Liga als letzte ab und Union Berlin, die vor drei, vier Jahren in die erste Liga aufgestiegen sind, spielen in der Champions League. Was ist das für eine geile und sympathische Mannschaft? Wie kann man nur so einen geilen Fußball mit den Mitteln hinzaubern? Und wie kann man einfach nur so einen geilen Trainer haben? Mehr als verdient in der Champions League nächstes Jahr. Und ich bin gespannt, was sie dort reißen können. Die haben nichts zu verlieren. Das ist ein Riesenerfolg und ich denke, die werden das ganz neutral angehen. Die Bremer waren ja gerettet für die Kings um nichts mehr. Man wollte, denke ich, einen guten Saisonabschluss haben. Aber die alte Försterei ist natürlich eine Festung. Wenn du da mal gewinnst, dann hast du ein Sechster im Lotto. Also das ist wie ein Glücksspiel in der alten Försterei. Das ist einfach nur unglaublich. Auch die Fans, die Stimmung, dieses Team, da kriegst du Gänsehaut pur, egal ob du Union Berlin-Fan bist oder nicht. Da kriegst du einfach nur pure Gänsehaut, pures Adrenalin. Es ist einfach unglaublich. Es war Rani Khedira, der das goldene Torte gestoßen hat zum Champions League Einzug. Es ist einfach nur mehr als verdient. 62 Punkte, eine ganz starke Saison, nur neun Punkte hinter dem Meister. Und ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr wieder uns in der Bundesliga zaubern werden. Ich bin einfach nur gehypt auf Union Berlin nächstes Jahr. Bis zum nächsten Mal und ciao.